Hi, schön, dass du da bist. Wir befinden uns immer noch hier in dem Liga-Kämpfen von Pokémon TCG Live. Und ja, die letzten beiden Matches waren nicht ganz so einfach. Ich spiele immer noch mit dem Fusion Mew Deck, so wie ihr es auch schon im Titel gesehen habt. Und hoffen wir mal, dass wir hier jetzt mal einen schönen Sieg uns holen können. So, natürlich nicht. So, natürlich nicht. Das ist nicht die Hand, die man braucht. Und dabei habe ich eigentlich genug Basis-Pokémon im Deck. Aber mal gucken, wie das läuft hier gegen den Supermann 1. Mit ZH geschrieben. Das ist eine interessante Variante. Aber ich judge diese natürlich nicht. Das macht nur meine Karte. Die wunderschöne Unterstützer-Karte. Aber das hier ist doch mal ein Start, den wir haben wollen. Guck mal, das sieht doch gut aus. Da können wir uns eigentlich einen richtig, richtig guten Start holen. Aber er fängt auf jeden Fall an. Warte mal, wie viele Karten hat er gerade nachgezogen? Holy Moly! Wie lange habe ich denn gebraucht, bis ich keine Karte hatte? Ach, du meine Güte. Naja, gut, okay. Dann ist es halt so. So, wir sind auch... Doch, wir sind... Na klar sind wir Erste. Oh Mann, der hat eine richtig krasse Start-Hand dann, wenn du so willst. Nehmen wir einfach zwei Gensex. Ja, nehmt, ne? So, dann kriegt die auch schon mal eine Energie. Dann das. Ach komm, wir probieren es einfach. Vielleicht ist es auch wirklich einfach falsch, was ich tue, immer auf diesen Battle Pass zu gehen. Aber ich würde es halt riskieren, ne? Ob das, ja, wie gesagt, richtig ist, kann ich nicht genau sagen. Wir lassen das jetzt mal so, ziehen nur drei Karten nach. Das ist nur noch Fusionsenergie. Die TI haben wir angelegt. Pass mal auf, wir nehmen ein Schneegipfelpfad. Dann kann ich ihn wenigstens ein bisschen stören. Und zwar, ähm, sein, sein strahlendes Greninja kann ich damit stören. Aber, ich muss natürlich hoffen, dass er jetzt nicht irgendwie meine Hand wegjudgt. Das sollte er aber wahrscheinlich mit elf Karten nicht machen, schätze ich mal. Aber zur Not haben wir auf jeden Fall nirgendwo Sauger. Und dann Schneegipfelpfad auch wieder loswerden. Vielleicht wird er aber auch irgendwas hinlegen. Das ist halt, das ist halt die Sache, ne? Das ist die Sache. Ich habe übrigens Kopfhörer drin, damit ich hier die monatischen Töne höre, ne? Das ist irgendwie logisch. Aber ich mag keine, keine großen. Die machen meine Ohren kaputt. Ui, es ist ein Gardevoir-Deck. Okay, ihr habt schon im Titel gesehen, dass das hier ein Gardevoir-Spaß wird. Und ich muss jetzt gucken, was er hier macht. Wir brauchen in der nächsten Runde ein View 4 Max. Vielleicht auch ein Kameras-Glanz. Das wäre auch ganz nice. Na, das ist die Frage. Jetzt wäre natürlich von unserer Seite auch ein Judge richtig gut. Um erstmal diesen schlechten Start wieder rauszuholen, ne? Zwei Karten kommen weg vom Hyperball. Ein Pokémon darf er sich raussuchen. Da ist das Gardevoir-EX. Entwickeln kann er es in dieser Runde nicht. Das heißt, wenn wir wirklich einen Judge haben, wäre das perfekt. Und wie gesagt, er mischt sich gerade zu seiner Hand ein bisschen zurecht. Das wäre also für mich wirklich praktisch, wenn ich diese Unterstützer-Karte nächste Runde ziehe. Ob das passiert, das werden wir sehen. Wenn nicht, dann nicht. Das Befehl vom Boss wäre natürlich auch geil, um den Zack ihren fertig zu machen. Aber erstmal müssen wir ziehen. Das heißt, wir nehmen erstmal das hier wieder weg. Dann. Ach komm, wir bereiten aber das zweite Video vor. Die Frage ist, Spielen wie durchspielen wir nicht. Wir spielen nicht, ne? Drei Karten ziehen. Da ist ein Hyperball. Das ist natürlich perfekt. Dann nehmen wir die und die weg. Und tun uns ein UFO Max. Damit wir schon mal auf jeden Fall was machen können. Ach, wir könnten auch natürlich jetzt wirklich den, den, den hier fertig machen, ne? Na ja, ziehen wir erstmal. Da ist das zweite. Was es auch sehr gut macht. Vor allem haben wir auch schon einfach zwei weitere. Oh ja, wir werden, ich, ich werde es tun. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Variante ist. Und dann wieder so. Und dann let's go. Und dann tagt Blastner. So. Zwei Karten mehr. Okay, das ist stark. Mal gucken, wie er reagieren wird. Ihr könnt auf jeden Fall wenigstens ein Kierlea spielen, wenn er es machen möchte. Wir können auf jeden Fall jetzt immer schon jede Runde switchen. Ich will vielleicht sogar ein Genesect vorbereiten. Und die Miloetta. Tja, da ist ein Trassler. Und ein Sonderbonbon für das Gardevoir. Ja, natürlich. Das ist auch wirklich anstrengend. Na, gucken wir mal, ne? Und das Ding ist ja auch genau, die Fähigkeiten kann er nicht aktivieren. Weil der Schneegipfelfahrt immer noch da ist. Was für mich natürlich mega gut ist. Kann kein Green Ninja spielen. Also die Fähigkeit. Kann ich die Fähigkeit von Gardevoir nutzen. Was für mich, wie gesagt, ein ganz, ganz starker, starker, starker Vorteil ist. Und ich werde es einfach schon tun. Ich werde es jetzt einfach vorbereiten. Zack. Dann switchen wir das aus. Ich werde nicht das wegmachen, um noch einen Turn zu holen. Ich nehme jetzt einfach den Safen. Ach, guck mal. Ich kann auch einfach Dünne Wunder nehmen. Dann muss ich ja nicht mal... Oder hier, komm, ein blotisches Echo jetzt ja auch. Lol. Ja. Gucken wir mal so. Zack. Weg damit. Ziehen wir eine Preiskarte mehr. Naja. Er muss irgendwie den Schneegelfelfahrt wegkriegen, ne? Das ist seine Mission. Da ist Kierlea. Eine Karte ablegen. Zwei ziehen. Und da passt natürlich ein VIP-Battle-Pass. Natürlich perfekt. Ab Runde 2. Eine Useless-Card. Und da ist der Sinnoh-Tempel. Und jetzt kann er natürlich auch ein bisschen was spielen und nutzen. Was eben praktisch ist. Das wird sehr interessant. Jetzt geht's her. Ihr seht schon, jetzt geht's los mit seinem Deck. Ich würde trotzdem behaupten, dass er ein bisschen in der Bedrängnis steht. Das ist natürlich die Frage, wie viel Energiekannen hat er denn hier? 1, 2, 3, 4. So viel ist das noch gar nicht. So viel ist das noch gar nicht. So, den Sinnoh-Tempel kriegen wir nächste Runde auch weg. Dafür haben wir auch eine Karte. Auch die Spezial-Energie hier. Oh Gott, ja. Die ist ja wirklich nervig für uns, ne? Uiuiui, wenn ihr einen zweiten Sinnoh-Tempel spielt, ne? Da ist noch ein Trussler. Immer weiter durch das Deck muss es durch. Ihr könnt auf jeden Fall die Energie holen, eben sich selber Schaden machen und dann Wunderkraft machen. Ob er das will, ist echt die Frage. 290. 190 Schaden. Ob das ja wirklich eine Menge ist. Okay, das war sein Zug. So, jetzt ist die Frage, wie weit können wir durchziehen? So, da mit weg. Erstmal. Dann geben wir ihm noch eine Energie und nutzen mal die Fähigkeit. Wir ziehen nur erstmal nach. Wenn wir Kopf haben, können wir vielleicht eine Power-Tapette holen. Können wir nicht. Ich meine, wir haben eh keine Energiekarten mehr. Aber damit habe ich jetzt eine Trainerkarte gespielt. War auch nicht so schlau, ne? Aber gut, ich will seinem Gardevoir eh Schaden machen. Wir ziehen auf jeden Fall zurück. Spielen die Power-Tablette. Und dann ist halt die Frage, wie viel haben wir denn noch? 1, 2. Wir könnten noch ein paar im Deck haben, wenn wir nochmal gut ziehen. Wenn wir den und den wegmachen und dann nochmal auf den UFO Max gehen. Das Deck ein bisschen ausdünnen. Und dann nochmal hier zu ziehen und dann vielleicht noch eine Power-Tablette zu kriegen. Ne. Kriegen wir nicht. Entschuldigung. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen. 290. Na, perfekt. 290 Schaden. Es hat genau gereicht. Holy moly. Das war so wichtig. Das war wirklich wichtig. Und da ist die nächste Power-Tablette. So, er hat noch eine Preiskarte. Er hat noch 6. Ich habe noch eine. Das sieht sehr gut für uns aus. Sehr, sehr gut. Da bin ich echt gespannt, was er machen will. Das ist natürlich auch die Frage, ab und noch ein B4. Wir haben noch ein Befehl vom Boss im Deck. Einen haben wir noch. Das heißt, selbst wenn er jetzt irgendwie noch ein Galeroy X spielt, was ich jetzt nächste Runde nicht platt machen kann, könnte ich ja wenigstens mit einem Befehl vom Boss einfach irgendeine andere ausnehmen. Aber was wird er tun? Stadion-Ruine. Ja, dann gibt es ein Game-Sack weniger. Das ist in Ordnung. Er könnte vielleicht auch auch noch ein Befehl vom Boss. Okay, Minion. Ja, an der Stelle. Ah, guck mal hier. Wir tatsächlich meinen V-Max rein switchen. Die Frage ist dann, mit wem wir zu den Schaden machen. Dann muss er noch ein Galeroy X spielen, damit er das machen kann. Energie hat er dann auf jeden Fall genug, was er anlegen kann. Wir machen jetzt auf jeden Fall 270 plus... Oh, wenn ich den reinlege, ne? 70, 140, 210. Okay. Worker gespielt erst mal. Damit könnte ich ein neues Mew rausholen. Das ist halt die Frage, ob ich das will. Aber eigentlich ist es okay. Könnte ich noch ein drittes den wir von Max vorbereiten. So, jetzt liegt das Sirene ab. Trainerkarte hat auf jeden Fall gespielt. Das heißt, er kann mit dem Boss kann er nicht mehr reinholen. Ich glaube, er braucht einen Gardevoir, ne? Ich glaube, das ist das, was ihm fehlt, ne? Da ist noch ein Killer. Jetzt wird es wieder eine Karte. Ja, es kann natürlich auch sein, dass dein Gardevoir in deinen Preiskarten ist, ne? Vielleicht natürlich auch nicht. Da ist das. Da ist das. Hallo? Hallo? Schimmert das Arcana? Ja, ich würde gerne mir die Fähigkeit angucken, ne? So, das kannst du auch aus. Und sagen, ah, beliebig wie Basel. Ach so. Okay. Tja. Gut. Okay. Also, er hat nicht das gezogen, was er braucht. Wir haben gewonnen. War eine nice Runde. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.